Schade. Hab ich gehofft hier... Hier oben ist doch irgendwo ne Kiste. Au, ich hab... Ich hab ein bisschen Einfall. Schau mal. Wir tun einfach hier ein bisschen Brand legen. Nein! Das ist ein schlechter... Jetzt schossen. Wir... Nicht selber die killen, sondern wir laufen einfach in das Feuer rein. Gute Idee, oder? Der ist aber gar nicht gestorben durch das Feuer. Doch, oder? Ne, der kann natürlich. Der ist schon geil. Aber viele Kreaturen könnten so nass sein. Halt und schau, mein Freund. Ach, alter, das kann man natürlich auch noch Miene legen. Warte mal. Mh, nein. Da geht da so ein scheiß Zivilist rein. Warte, warte, warte. Hier oben auch noch einen. Oh, schau mal. Okay, die sind wirkungsvoll, aber wahrscheinlich teuer. Nö, nö. So. Warte, noch eine Miene. Schup. Au. Ah, Mann. Das ist trockenballert. Was läuft. Nein! Da kam einer. Ich hab sie. Oh, nein. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Schnell, neue Mienen. Was haben wir wieder? Schup. Gut, 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 gut. Was ist denn der? Ist der schwanger, oder was? Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Doch, die sind wirkungsvoll. Jetzt hab ich aber keine mehr, jetzt nicht. Verhältnis. Verdammt. Da kommt doch mal einer. Okay, weg. Wolltest du dem RPG rum, oder was? Ja, mit diesem komischen Mini-Granatwerfer da. Der eine ist, glaub ich, tot. Wegen der Miene. Wegen der Miene? Ist er gestorben. Nicht wirklich wegen der Miene, oder? Doch. Leider schon. Wegen der Miene, das ist ja lächelnd. Wollen wir mal schauen, was wir hier bekommen. Oh, ich hab Talentpunkte bekommen. Du mal. Toxic-Skill. Das ist bestimmt viel wert. Guck mal, hier. Ich hab, äh, D-Lens bekommen. Okay. Das machen wir als nächstes Mal. So. Ich tu mal Wirkungs-Boost-Skillen. Boah, perfekt. Zehnmal gespielt. Jetzt haltet es mal. 80 Sekunden lang. Schwierig. Ganz kurz mein D. Ah, da vorne ist ein Karma-Event. Oh ja, Karma-Event. Wir wollen ja noch mal losfahren, ne? Boah. Wir wollen ja noch mal losfahren, ne? Wo ist denn das Karma-Event? Ja, das ist schon fertig. Was hast du gemacht? Aua. So, warte, wir sind direkt in. Aua. Aua. Im Auto, echt, Mist. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ja. Und ich bin mir übrigens jetzt sicher gelandet. Tja, da sieht man mal, wer hier der Expert ist. Oh nein! Im Auto. Ja, das ist halt schon billig. Das ist schon schlimm. So, wir haben eine neue Quest. Dann wollen wir mal, was müssen wir für eine Mission machen? Keine Ahnung, immer was Revenge. Ich höre hier so einen scheiß Puma-Gedans. Nur so was in einer Art. Den geht noch. Beliebige Tatenweise. Ah, das ist ja gut. Ah, das klingt ganz lustig. Das heißt, wir müssen noch eine gute Art und Weise ausdenken. Ja. Also, ich bin schon mal da. Das ist noch nicht, warte mal. So. So. Erstmal da hinschleichen. Ja, jetzt hast du die Quest angenommen. Okay. Jetzt müssen wir uns hier rechnen. Das heißt, wir müssen uns einfach nur ranschleichen. Ganz selbst, so wie ich das mache. Also, wir haben hier auf jeden Fall den einen gelb markierten. Ich weiß nicht, wir müssen den einfach nur umbringen. Ich weiß nicht, wir müssen den einfach nur umbringen. Was? Du hast kein Messer benutzt? Was? Ey, das stand doch vorhin auf beliebige Art und Weise. Auf beliebige Art und Weise mit dem Messer. Was? Okay, aber jetzt müssen wir es zumindest schon mal. Ja, okay, gut. Also, alle anderen können wir einfach so umbringen. Nur den müssen wir mit dem Messer machen. Na gut, schnack gut. Das soll das als Heiland bedeuten. Warte mal, oh ja, oh ja, oh ja. Ich kann mich... Stopp, stopp, stopp. Ich kann mich hier abseilen und einen Fakedown machen. Warte mal. Was? Damn. Oh, fuck yeah. Woher kommt der Schrank? Wir haben das! Wir haben das! Wir haben das! Ah, halt, da ist noch einer. Achtung, da ist noch einer, den wir mit dem Knife töten müssen. Okay, okay, okay. Oh, man, oh, du bist langweilig. Das ist doch nicht für die Jahre anweilen. Ja! So gehört sich das. Siehst du? Take a picture. Na, dann machen wir noch schnell ein Picture, so. Okay. Ach ja. Wir sind zu weit. Man ist Flammenwerfer auch so gut. Ja. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, ich habe ihn noch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ne. Nicht gut. Gar nicht gut. Da vorne ist noch ein... Bleib mir nicht, da ist ein Karma-Event. Ne, eine Kiste. Da vorne ist noch ein... Oh. Das ist bestimmt verbrannt. Was ist verbrannt? Wir skinnen. Damage-Skin. Ja. Na ja, egal. Mal. Oh, wir haben ein komisches Event. Kein Problem, der Profi hat es mir hier oben. Du sollst aber die Typen am Leben lassen, die einen, ne? Was soll ich am Leben lassen? Die Zivilisten. Na egal. Karma-Event competed, das ist die Hauptsache. Das ist schön, es gibt kein Minus-Karma, wenn man die verbrennt. Ach, dann ist ja praktisch. Ja. Aber ich glaube, ich habe gerade einen Waldbrand ausgelöst. So. Das gibt auch kein Minus-Karma. Das ist gut. Das ist das Beste, was man machen kann. Guckt, es gibt sogar Plus-Karma, wenn man einen Waldbrand erzeigt. So aus. Das war nicht besonders. Oh, da ist ein cooles Auto. Wo ist ein cooles Auto? Da vorne. Damit fahren wir gleich los. Ich wollte ja eigentlich nur das Propagandapost abmachen. Okay. Jetzt ist es weg. Warte mal, kann ich gleich spawnen? Warte, 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 warte. Gleich kann ich spawnen. Geh schon mal aufs Fahrzeug. Okay. Wo war denn das Fahrzeug? Ah, jetzt bin ich auch da. Und dann schauen wir mal, womit wir dann... Wohin wir dann fahren. Du meinst, das ist Quatsch einfach nur. Ja. Da ist noch ein Turm, den wir auch erobern könnten. Ja. Ohne. Ich muss ja noch einiges entdecken. So, warte. Ah! Puh! Puh! Pass auf, mach's nicht gleich kaputt. Okay. Gibt Gas. Hab Spaß. Durch markiert. Ja. Also, deine Fahrskills sind auch nicht so viel besser als meine. Nein. Das sag sowas nicht. Ich mag dieses Fahrzeug, das ist einfach extrem cool. Hörst du mal grad durch den Baum durch? Übern will ich. Bei mir war keiner. Ah, bei mir sind wir grad irgendwie durch den Baum. Egal. So. Das arme Schwein. Ja, hast du das gar nicht erwischt. Aber wir müssen ja kürzeste Route nehmen hier. Ja. So wie im Navi. Immer kürzeste Route angeben. Ja. Alte Faustrecke. Alter, was war das denn für ein Tier? Ein Wolf. Ach so, ja. Den kannst du in Ruhe lassen. Wolf brauche ich nicht. Ähm. Ja. Warte. Nicht so schnell. Vielleicht. Warte. Wir müssen ja hier... Oh, da ist ein Tiger drin. Hilfe, du brennst mich ja auch an. Okay, ich glaub ich hab ihn erwischt, oder? Kann sein. Ist er nicht. Ich seh ihn gar nicht mehr, den Tiger. Ich glaub ich hab ihn erwischt. Ich auch nicht. Ver-vercohlt. Komplett verkohlt. Da ist nichts mehr zu retten. Ich mag Flammenwerfer. Haben wir jetzt einen Wald- und Wiesenbrand, oder was? Kann man da oben auch was anzünden? Da gibt's auf jeden Fall Propaganda zum Zerstören. Okay, dann werde ich jetzt kein RPG-Mulizieren für verbrauchen. Ist cool. Schon mal an der Kanten. Sogar den Tod ja anfängt. Oh, scheiße. Mich anbrennen kann man da. Das ist doch cool. Nee. Nicht so cool. Ah, hier geht's weiter. Hallo? Ich kann nicht climben, wenn du da stehst. Wie das aussieht. Hier geht's nicht lang. Nee, irgendwie nicht. Außer mit ein bisschen Feuer. Ja. Oder mit ein bisschen Treten. Ach, mit Treten geht's? Ja. So. Kommt. Kommt. Da geht's höher. Aber irgendwie nicht. Ja. So. Hier hoch. Ich hab's eh schon. Keine Sorge. Ich hab's mal wieder. gemacht. Was würdest du bloß ohne mich tun? Ja. Was würdest du bloß ohne mich tun? Ah, schön. Mensch. Wär ich noch ewig im Preis gelaufen. Ja. Mhm. Ah, die Schule. Die hatten wir ja schon mal im Koop. Ja. Überall noch Propaganda. So. Oh. Da machen wir noch so einen komischen Truck gleich. Ein komischer Truck-Quest. Ah, den darf ich ja... Ja, den, den ich markiert hab einfach. Ach. Warum nicht nimm da? Der ist näher. Warte. Ah, nee. Warte mal. Ah, es ist was anderes. Geht man. Kannst du auch machen. Was hast denn du mal hier? Ich lege eine kleine Markierung, ehrlich gesagt. Royal Cargo. Die ist bei mir im Lirktur drin irgendwo. Okay, dann machen wir doch den anderen. Äh. Nee, nee. Nee, nicht, dass du ihn wieder nicht siehst. Ach so. Das wäre unpraktisch. Ja. Also machen wir den anderen kurz. Aua. Hä? Hallo. Verbindung zum Partner verloren, okay. Oh, bei mir ist er auch grad weg. Na super. Also so. Na dann lad noch mal ein. Oder wir nehmen es als Ende der Aufnahme. Oder so, ja. Oder wir nehmen es als Ende der Aufnahme. Oder so, ja. Komplett Farquay abgestürzt. Ja. Oh, okay. Ja, Farquay funktioniert nicht mehr. Okay. Ja, okay. Dann ist es halt ein abruptes Ende. Aber man hört es ja noch. Also, hiermit ist Farquay abgestürzt. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Ciao. Geht's denn jetzt? Super. ический Tag und zurück. Yep, gut. Jetzt es war das nicht ganz schön. Und ich dachte auch immer so... Untertitelung des ZDF, 2020